Vielleicht kriege ich einen Vodafone anrufen, halt ab. Wie sollen die dich denn anrufen, wenn du Gehenempfang mehr hast? Über Funk, äh, Telegramm. Telegramm, ja. Kling, kling jetzt an der Tür. Äh. Ach, genau, äh, wo diese blauen Steine so leuchten, da drunter ist immer ein großer blauer Leuchtenstein. Die müssen wir finden. Ich hab's gehört, ihr müsst sie finden. Wir, wir sind ein Team. Ja, ne, bei Farben will ich kaum. Ich bin nur wegen meinem dicken Kanonenohr dabei, also... Ich muss mal wieder, äh, leer werden, ja. Genau so ist es. Ja, das ist ja so ein schlecht beschnittenes. Hier gibt's diesmal auch keinen Null. Man muss die Sachen vorne, äh, in der Base abgeben. Ah, klar. Hier unten, hier im Fußboden ist er schon was Blaues. Der Cell ist also neu bei dem Spiel? Genau, dein, dein zweiter Arbeitstag hier. Ja. Dann haben wir wenigstens jemanden, der immer schuld ist, wenn's schief ist. Ja, ist okay, bin ich sonst auch. Hä, hä, hä. Haut mich denn hier. Gleich bestätigen. Was haut mich denn hier? Oh. So, ich hab schon mal... Oh. Oh, oh. Schreck ja. Wenn der hochgeht... Ich hab da hinten auch einen Termin... Mit dem Driller kannst du die Ärzte nicht abbauen, komischerweise. Also nicht mit dem Hohrkopf. Also, Abstand. Wenn der hochgeht, ist dann eher große... Url. Url. Auf Wiedersehen. Ciao. Ding Dong Day. Rosa, die schaut nur rein, um auch wiederzwingen zu sein. Oder holst jetzt Matthias ab, die Labor-Tüsse mit der Tüche bauen. So will der zu mir. Weil du hast ein neues Deo. Boah, den kann man dekorieren mit Äxten. Du hast ihn viel gefährlicher gemacht. Können wir ihn behalten? Auf Abstand. Und, ja. Das ist... Oh nee, auch nicht. Ich dachte, wäre Gold. Ich war auf Abstand, aber die Minen haben... Also, äh, das ist ein bisschen Gold. Jo geil. Lol. Ich kann mich aber definitiv erinnern, dass ich von zwergischen Kugeln gerade durchsiebt wurde. Wieso darfst du überhaupt kein Schaden, also... Ja, er hat wohl das Schild noch abgefangen. Ich glaub, das hast du geträumt. Äh, kann der Schütze eine, ähm, eine Seilverbindung nach oben von hier machen? Markierung bitte? Achso, zum Ding, ja. Zum Base. Bitteschön. Kann man da denn überhaupt langrutschen mit dem Ding in der Hand? Ja. Sehr gut. Das geht. Oh, ich seh nur einen Stein jetzt. Ja. Affenpeter und ein Stein. Ja. Ein blauer Leuchnerstein. Jetzt schau ich dir in die Augen. Das war mein Plan. Das wird mir jetzt, äh, wird mir ganz warm. Ich rotte mal die ganze Brutstätte hier aus. Okay, dann mach ich nichts mehr, dann machst du alles, ja? Ja, das war doch mein Plan. Das ist immer noch Gold. Ich hab mir gar nicht alles abgebaut. Oh. Das hat nicht lange gedauert, bis zum ersten Schwarm. Ich werfe mir hier so ein Ding runter. Lichte unter der Base. Skill vorhanden. Ja, ja. Moment, ich bin hier im Loch. Wie geht's, DarkSoul? Ich bin hier auf YouTube. Ach. Ist dein Name nicht aufbehalten, NFC? Ja, ist doch nicht, ja. So, kann ich wieder? Er kannte mich mal DarkTox. Damals. Vorderwände. Achso. Das ist irgendwie innen, was ich nicht. Das ist dein F***, nicht ich! So. Ich finde, ich finde, ich habe die Hauptdamage-Tiebe. Tja, ist halt ein Universalwerkzeug. Immer beim Mann. Ja, die Spitzhacke ist fast so gut wie eine Axt. Ist die bessere Axt. Also, weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, du nicht. Ah, wie geht's, DarkSoul? Ähm, als DarkFoxner. Foxner. So. Genau da habt ihr das schon. Da ist Paddy dran. Also, ich glaube, hier werden Plattformen gebraucht. Bei dem Riesen-Gold-Vorrat. Okay, na, muss ich gleich hinkommen. Warte, ich wollte gerade noch. Und hier auch. Quarks. Oh, da komme ich gleich so ran. Ach, vorne noch zwei blauen Sachen. Einen habe ich. Das ist ja flott. Das heißt, in den grünen Punkten in den Wänden, was ist da? Da ist ja Dietz. Das ist auch schon. Für Kosmetik im ersten Video, glaube ich. Ah, ich glaube auch Upgrades von den Items. Okay, das wäre dann hier. Wir sehen uns mal rauskommen. Ah, Quarks. Ja, ich habe den siebten. So, wo wäre das Plattformen? Da, wo die Explosion war bei dem Gold. Schwummel. Aber wenn ich nur noch ein paar E-Bohnen müsse und los... Los geht's. Weiter geht's. Genau, ich meine hier unten ein paar gesehen zu haben. Also, wenn wir uns noch ein paar E-Bohnen zurückziehen, dann werden wir uns in die Escapes-Parte schicken. Aber da ist noch ein... Nexus-Brut. Und Nitra. Das ist besser als lieb. hier ist auch gut also die aquark haben wir diesmal ja schnell zusammen bekommen genau ich habe auch drei nüsse noch der aschenbrödel dabei das macht der gold abbau ich arbeite dran was macht eure ammo ich könnte gebrauchen ja ich nehme ich auch 2 und ich habe da ja freunde bei euch ich sehe es ich gehe auch nach Hamburg dann komme ich vielleicht euch helfen 3 ja 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 wird machen wir ist dein steve oder mein steve krampisch ich habe keine Ahnung, dein steve ich fahre hier einfach auch mit der Leer auf dem Seil hin und her und schieße dabei Kaffeefahrt, ja? Ja, nur mit Schießblömer statt Kaffee nicht so wie ich warte das ist ja alles noch mitnehmen nee, nee, nee weil ja, wir wollen das ist alt, Mann muss man jetzt mal einsammeln, was hier alles noch rumliegt ja, sonst die Nüsse noch sammeln wenn ihr die seht ich schau mal hier, ob hier noch welche sind ach, hier ist ja Dietz das guck mal her das ist, heute ist ja schon Ende Januar das ist alles schon erschöpft vom Jahr ja, okay ich war jetzt, äh, längere Zeit sehr, sehr unfre- unregelmäßig dabei du warst nicht dabei einfach ja, genau du warst nicht dabei du warst nicht dabei, du warst, das war mit einer Regelmäßigkeit eigentlich also genau ziemlich regelmäßig dabei also ich, ich wollte ja jetzt es nicht so formulieren, aber ich hatte Dinge zu tun ja, ja wichtige Dinge die Tour jetzt ne, wichtige Dinge so, eine Ebonus habe ich gerade gefunden ach, guck mal, hier ist Gold das nehme ich mit Gold, 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 Gold ach, hier ist ja jemand ach, hier ist ja jemand ich brauche Gold, aber ich habe gehört, das brauchen wir immer also, also suche ich noch ne Ebonus das ich hab hier noch ne Nuss, aber das ist auch Copper da bräuchte ich ne Plattform, du bist ja hier bei mir wo ist Copper? über dir, da da danke und dann können wir zur Base eigentlich aber wir sind noch weiter erkunden, ob wir hier noch ein Item finden ne 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 ich lage zurück Dienst nach Vorschrift, wir haben die Aufgabe erledigt also gibt doch genug andere Quests ojojojo also wenn du weiter gelaufen wärst wärst du auch wieder, weil da hat man im Hauptraum rausgekommen ist im Kreisrund achja, super so, dann äh abgeben und darfst du den Knopf gucken boah, haben wir ja schon das ganze Gold geholt, was da drüben abgebaut ist? das weiß ich nicht Lloyd ist auf well done ne, an der Decke nicht aber ne, ja, an der Decke nicht, aber ich glaub da liegt noch ganz viel rum ich will wenigstens immer noch mal lang latschen so lang, Suckers oh angehbar tja, er kann er hat da kann und so ne, an der Decke nicht so 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 wenn jemals gestorben was da passiert ich habe die base verteidigt jetzt kommt die kavallerie zurück du musst doch nicht mich anzünden nur weil ich dich rette alles was sich bewegt ist ein fein ich drücke den knopf ja erste runde und schon voll traumatisiert dass er einfach gleich alles anzündet ich habe ihn aufgehoben man schaut mich an und drückt ab flashback von vor ein paar sekunden wenn es ja sein könnt dass du mich nur wieder belebst um mich wieder zu töten das ist sehr wahrscheinlich wo müssen wir jetzt langsam auf ane eine minute ausweiten eigentlich sollten wir bei der base stehen bleiben müssen wir wissen wohin ja die beschützte helfen uns schweiss und schweiss 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 Die Munition wird geschnackt. Kannst du mal bestellen, oder? Mach mal, oder? Wir können sie echt nicht aufgeben. Voll gespuckt hier. Ekelhaft. Immer diese widerlichen Bugs. Und wo kommt es jetzt? Ich glaube, da, wo das Geschmack mit gelandet ist. Okay. Sieht nach da aus. In die Richtung. Ja. Ich würde sagen, wir sollten schon noch einen Weg machen. Ich habe eine Seilbahn geschossen. Sehr gut. Und gerade danach fahren. Aber nee, das Dropout landet definitiv tiefer. Ja, genau. Das ist der Fusselfilm, wo wir waren. So, finden wir schon. Ah, okay. Ah ja. Geschenk. Was soll der noch aufgeben? Kommt, er ist hier reingeflogen einfach. Ja, ich war gerade auch überrascht. Ich dachte, da ist schon idealen verwandt. Wir haben es geschafft. Alle da. Jawoll. Oh, das lief ja. Das lief ja. Trotz der katastrophalen Sprüche am Anfang. Weiß trotz, gerade deswegen. Ja. Weiß ich auch nicht, ob die Schwierigkeit zu... War, glaube ich, auch nicht so hoch. Also, Fusselfinger, dein Bandana ist ja mal richtig stylisch. Ja, das ist ein richtiger Gangster. Weißt du, denkst du, oder? Hat was, hat was. 믿'어. Weiß ich auch nicht, ob dich mal so hoch hat. Vielen Dank.